Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder euer Phil. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich gestern doch noch nicht aufnehmen konnte, weil ich bin nämlich gestern noch zu meiner Tante gegangen, da habe ich nämlich noch nicht Osterjausse verbracht und da war gestern die letzte Möglichkeit und habe ich gedacht, ja komm, da nimmst du die Gelegenheit und gehst einfach mal zur Tante und ja, das heißt es wird sich heute nicht mehr ausgehen, dass die Videos hochgeladen werden, weil ich muss ja heute generell aufnehmen, weil wenn nichts da ist, funktioniert ja auch nichts, also ja, also wenn das Video jetzt dann gleich hochgeladen ist, dann werde ich anfangen mit den Let's Plays, ich werde es gleich aufnehmen, zuerst Life is Strange, weil das dauert am längsten, weil ich spiele gerne Episoden, spiele immerhin ganz durch, also eine Episode, das heißt es wird wieder so circa 4 Stunden dauern, dann kommt ja noch Sims 3 und noch GTA 5, ich hoffe, dass ich das alles heute noch schaffe, weil ich habe hier halb zwölf, mittags natürlich, das ist immer so blöd, ja egal, auf jeden Fall, oh no, merkt man überhaupt nicht, dass Tag ist, nee, nee, überhaupt nicht, okay, okay, ja wie gesagt, ich werde jetzt dann aufnehmen und ich hoffe, ihr versteht das, dann müsst ihr heute einfach bis morgen warten, ich weiß, ich habe versprochen eigentlich, dass die Videos bis heute dann wieder loslegen, aber dann müsst ihr noch einen Tag warten, naja, aber das passt dann eh perfekt, heute ist Sonntag, also morgen Montag starten wir mit einer neuen Woche, das passt dann perfekt, also, ja, dann, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir morgen uns bei den Let's Plays, ich freue mich, ciao, euer Phil.